Oh, guck. Oh. Kommt's her? Weiß ich nicht. Ich hab keine Katze. Oh. Oh, Doktor. Oh, 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 jetzt. Da ist ein Feld. Ja, ja. Geht. Hey. Hey. Du wirst froh geworden. Ich auch. Hinten. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Ach, die Rande bestimmt wird gerade bloß im Weg rum. Soll ich mal versuchen zu retten? Na, ich wäre auch hingegangen. Okay. Dann geh du. Ah, die sind ja noch. Warum hau ich da nicht ab? Ist das so bescheuert? Weil da kämmt. Weil da kämmt. Oh, echt jetzt? Soll ich mal mit hinkommen? Kann ich dir noch nicht sagen. Ich hole den jetzt einfach runter schnell. Hab dafür einen Schlag kassiert. Dann hau mal ab. Oh ja, das geht in Keller. Oh ja, das geht in Keller. Aber schau mal ab. Ah! Ich bin da nicht runter. Ja, die Mac kommt auch gleich hier her gerannt. Das ist doch was bescheuertes. Pfeiling, dort oben hast du Schränke. anstatt in den schrank zu gehen ist er noch bei dir? ich hab noch Herzklopfen, aber Meck ist hier ja, der ist noch hier aber der Geck kommt wieder in Meck ist hier holst du mich mal nichts runter zu uns, aber wir ziehen jetzt noch durch ja, den anderen ab ha 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 äh äh Ich bin so freundlich. Ich bin so freundlich. Idiot. das ist ein holen das mit heilen ja erst mal fort müssen wir präsentiert haben uns heilen das war weit genug weg zum glück was machen darf nicht im rodeos entschaffen er hat verwandt mit er kommt direkt ja wenn doch nicht gut gut nochmal zum haken zurück ja willst du es ja ja gut ich bin dann hier hinter den bänden ich bin jetzt erschrocken alter was kommt das jetzt da hat er euch ist und die ganze ganz kurzen stromstöße das gab was ganz ganz kurios da kommt okay kommt her ja sehr schön bin ich total bekloppt nicht nicht mir hinterher da kommt er jetzt mehr hinterher weil er mich schreien gehört hat ist er rennt wieder zum chef ich habe mich erst mal beruhigt ich habe mich erst mal beruhigt was hat denn dich jetzt erwischt das weiß ich auch nicht das hatte ich vorhin schon immer gehabt das hatte ich vorhin schon immer gehabt mit der mac zusammen obwohl er nicht bei uns war wufi das hält ja noch ne ja entschuldige bitte du versteckst dich da jedes Mal aus 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 Oh ne, da ist es schon gelohnt. Hohohohoho! Der ist hier. Ja, der ist hier. Ah! Oh! 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 Wir gucken, ich gerne mal rein, da. Ne, scheinbar nicht. Ja. Tattoo! Doch! Boah! Das ist immer einer so. Oh, der ist tot. Der ist tot. Hi Lisa! Hi Lisa! Hi Lisa, schon da? Das hab ich gar nicht gehört. Hallo! Hallo! Hi Lisa ist da. Hi Lisa, schon da? Oh! Oh! Gemohrit! Warum hast du dich jetzt im Schrank versteckt? Weil der hier in der Nähe ist? Ja, aber... Ja! Warum verstecke ich mich da? Hm. Vielleicht, dass er mich nicht erwischt. Oh, es ist ein Lögi. Oh! 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 Ich war gerade im Schrank drinnen. Du kannst viel besser abhauen als ich. Wenn der in die andere Richtung gekommen darf, dann hat er mich gehabt. Ich habe einen Schrank drinnen. Ich habe einen Schrank drinnen. Na du, der hat wahrscheinlich einen größeren Tarot-Rotius. Das habe ich nicht gesehen, dass der schockt. Aber gehört! Nee. Was soll ich denn das gehört haben? Das hört man. Ich habe nicht mal eine Chance. Das ist die Runde zuhören. Nein. Halt durch! Der letzte. Nein! Komm, komm, komm! Ah, du kannst es probieren. 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 Die Runde des Herst physicalen健便. Ah, du kannst es limits. Da.